Norddeutscher Rundfunk Das Waldsterben hat mich als junge Pfadfinder von meinen ersten existenziellen Fragen gestellt. Wenn der Wald tatsächlich sterbe, ja bitte, wieso muss ich noch unbedingt Taliban-Auswendung lehnen? Wenn du mit dem Auto in die Führung gehst, rein Klimaschutztechnisch, ein Desaster, da lässt du den fürchterlichen Sau-Drecken raus. Jetzt aber wegen dem einfach daheim sitzen. um vier, fünf Mal am Tag grillieren. Und sind wir ehrlich, wenn es irgendeine Minergie oder ein Solarbrotwurst gibt, dann vermehrt man es noch irgendeine Thermoschübling. Grundsätzlich geht es an den Schweizer, an die Schweizerin, allgemein die Befindlichkeit aus meiner Sicht. also wie ich das erlebe. Und im Speziellen hat es verschiedene Geschichten, die das Thema verstohlen, also im Verborgenen, im Geheimen, thematisieren, verschiedene Händel, die im Verborgenen gemacht werden. in der Schweizerin, in der Schweizerin, die in einer unverantwortlichen, in einer unchristlichen Art und Weise angerechnet in der Schweizerin, die in der Schweizerin unter der Schweizerin, die in der Schweizerin, in der Schweizerin, er hat doch möglich. Die können sich frei entscheiden. Häder, Gäse, Hereseu, come here. Wie ist der Schweizer? Der Schweizer ist eigentlich ein relativ verschlossener Mensch. Er versucht aber, das Bild gegen sie allmöglichst offen zu präsentieren. Wir sind relativ kontrollierte Menschen. Und wenn man diese Kontrolle verliert, wegen äusseren Einflüsse, wegen Neuerungen, die es gibt, dann passieren herrliche Sachen. Man muss einmal gesehen sein, vor allem all dieser realitätsfremde Armeegegner, die von lauter Pazifismus schon gerne Eisenkrauttee verweigern. Danke für alle neue Waffen. Danke für all diese Sicherheit. Danke, liebe Nulli. Danke, dass man danken könnte. Du bist mir. Huuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vielen Dank.